Jo Leute, hier sind wir wieder bei Dada Mission. Ich bin der Max. Ich bin der Dennis, hi. Hallo. Wir haben uns mal einen epischen Platz gesucht, weil wir nämlich überlegen, was wir hier noch bauen könnten. Ja, ich baue ein Dishouse weiter und das Dach. Sollten wir das weiter bauen? Ne, müssen wir nicht. Welches Dach? Eines ist abgeschlossen. Ich habe übrigens noch das Sichtfeld so komisch, fällt mir gerade auf. Ich habe mich mal wieder auf dem Normal gespielt, weil ich habe das nämlich wegen PvP umgestellt. Und ja, welches Level bist du eigentlich? 39. 41. Ich bringe jetzt hier erstmal ein bisschen was. Ich wollte schon sagen, wir bringen hier mal eben jemanden um. Nein, wir bringen mal eben die Sachen woanders hin. Wenn ich gerade so verwirrt bin. Weil ich nämlich schon gar nicht mehr weiß, was wir gemacht haben. Hä? Ich weiß gar nicht mehr, was wir gemacht haben. Gar nichts. Ich weiß. Du weißt es auch nicht mehr, oder? Nein. Ich vergesse es irgendwie immer. Jede Woche vergesse ich es. Der Fall wird übrigens immer dichter. Wir sollten mal lieber hier noch ein paar Sätze hin tun. Zuckerrohrfarm ist auch fertig. Ja. Das letzte Folge müssen wir entschuldigen, da war der Sound ein bisschen verkackt. Ein bisschen sehr sogar. Diese Folge müsste das nicht der Fall sein. Also eigentlich nicht. Okay, ich gehe dann mal irgendwo hin. Wohin? Na, ich suche mal einen perfekten Ort, um ein weiteres Haus zu bauen. Obwohl ich baue da unten. Aber eigentlich in der Nähe, oder? Ja, ich baue das Haus mal jetzt hier weiter. Ja, dann gehst du ja nicht weit weg. Ich weiß. Äh, hab ich gerade eben gewechselt hier? Warum ist der immer so unnuschfrei, mich? Ich weiß es nicht. Aber unsere Zuschauer können mir auch nicht dabei helfen. Ich weiß. Na eben. So, wir müssen mal hier ein bisschen verschönern. Also ich mache gerade Terraforming, noch zur Info. Wir wollen ja eigentlich auch Glowstone holen. Ja. Aber darauf habe ich jetzt irgendwie keinen Bock. Nein, ich mag es nur Glowstone holen. Genau, ich habe aber keinen Bock. Ist doch nicht so schlimm. Okay. So, ich mache das hier mal gerade schön. Keinen Plan, was du eigentlich machst. Du baust das Haus, oder? Ja. Echt. Was? Danke. Nein, also ich mache Terraforming, damit hier der Boden ein bisschen schöner aussehen. Und aus irgendwelchen Gründen wird es Nacht und darauf habe ich keinen Bock. Lass du das mit dem Nachtwerden in Minecraft? Ich auch. Und wird es bitte so oft Nacht? Das ist erstens unrealistisch und das ist zweitens unrealistisch. Bei Notch. Naja, ich weiß auch nicht, was er sich da gedacht hat. Ich habe schon genug Scheiß gemacht. Ich sehe ein bisschen komisch aus, wenn hier so abgeschnitten ist von unserem Haus. Ja. Siehst du, als würde das Haus auf uns rauf fallen? Ich auch. Was ist denn jetzt gerade bei mir schon wieder? Nein. Nein. Was machst du gerade? Ich, ich brauche nicht, ich mache da Terraforming. 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 Boing. Kommt denn der Enderman her? Ich sehe gar keinen. Ich habe einen gehört, der scheint unter der Erde irgendwo sich verkrochen zu haben. Sieht jetzt hier gut aus. Dann würde ich immer noch hier so einen Übergang machen, damit es jetzt hier ein bisschen besser ausseht. Bektergras, willst du Ärger? Sag mal eigentlich dein Haus gerade. Aus Cobblestone oder aus diesem hellen Holz oder was? Mhm. Was eigentlich ganz Neues. Ich habe nur keinen Plan, was ich eigentlich jetzt genau machen soll. Ach ja, ich glaube, die Minimap gerade gar nicht anfällt mir ein. Oh, ich auch nicht. Ja, weil wir hatten nämlich Trouble in Mainville gezocken, da braucht man ja keine Minimap, deswegen haben wir sie da manchmal aus. Ja, und unter meinem Haus ist Wasser. Okay. Ja. Alter, was ist das denn für ein Baum? Ich muss mal wieder abfarmen. Dann stört er hier noch die ganze Gegend, ey. Weißt du, was ich bald mache? Also ich glaube, heute auch noch. Ich glaube, ich gehe wieder in die alte Bude zurück. Also ich will mal da vielleicht mal was auf Forschung, weil da war ja unten eine Höhle. Brauchen wir nicht, wir haben jetzt im Moment zu viel. Aber ich würde ganz gerne mal wieder auf Diamonds-Suche gehen, wir haben 26 Diamanten. Wir brauchen 48. Dann hätten wir zwei Diamant-Rustungen, wäre doch nice. Und dann noch, würde am liebsten so 60 Diamanten haben oder so. Was viel zu viel ist, was man nicht so schnell findet. 64. Ja, 64 wäre noch besser. Oder wie Gron, irgendwie 64 und 30 oder so hatte der. Aber er verbraucht immer alles für Reparieren und Entscharnten und so. Das ist echte Verschwindung. Also finden wir jetzt. Weil, naja, wenn er so viel Diamanten hat, kann er sich ja alles als Diamanten machen. Dann braucht er ja nicht zu reparieren. Aber kann er machen, was er will. So, jetzt machen wir was er will. Eben, wir machen das, was wir wollen und er macht was er will. So, 26 Diamanten haben wir. Ich glaube, ich gehe jetzt wirklich mal auf Fülle in Erkundung. Okay. Weil wir haben nicht mal mehr richtig Kohle. Eisen haben wir noch genug. Ich habe mal elf Kohle bei mir im Winter. Dann tust du am besten die eine Truhe, dann die Rohstoffetruhe. Essen habe ich auch. Noch eine Räsenspitzhacke. Noch ein bisschen vorbereiten. Na dann. Ah ne, das sind ja Stickys. Ich habe in meinem eigenen Inventar die Stickys gar nicht gesehen. Hallo. Was ist das jetzt? Glaub ich so. Hä? Was ist das jetzt? Ich habe nur meinen Skin gegrüßt. Also. Ja, mein Spender hoch. Also ich gehe, glaube ich, jetzt wirklich mal erforschen. Warte auf mich. Also ich dachte gerade, du hast einen Creeper. Boom. Völlig egal. Pech. Die Mannenspitzhacke haben wir ja schon. Ja, brauchen wir nicht. Die brauchen wir nur für Obsidian und sonstiges. Ja. Jetzt will ich die ganze Zeit ändern. Ist der hier drin oder was? Äh, ich mache mir eine Schaufel, genau. Mach das, ich gehe mal zum Altenhaus und erforsche da wirklich mal. Und dann brauche ich den Bauern. Ach, egal. Geht einfach nur erforschen in der Höhle. Und darfst du mir vielleicht ein paar Ersatzrüstungen machen? Wie jetzt? Also ein paar Ersatzteile für eine Rüstung. Ja, aber nicht nur höchstens zwei Sachen für eine Rüstung, oder? Ja, okay. Eine ganze Rüstung lohnt sich nicht, wenn du noch so viel... Oder ist deine Rüstung schon wirklich fast kaputt? Nein, einen Helm brauche ich nur noch. Ja, dann machst du nur einen Helm. Helm und Schuhe dann, ja. Ist ja dann kein Problem. Mit zu viel unnötig Eisen verschwenden sollten wir auch nicht. Wenn man noch eine komplette Rüstung hat, die noch nicht so kaputt ist, dann brauchen wir keine neue Zimmer an. Ja. So, hier war ich auch schon lange nicht mehr. Boah, ich dachte gerade, ich hätte Fackeln vergessen. Aber die Crap-Bomb ist jetzt hier drin so dunkel, sodass sie die Fackeln mitgenommen hat. Es wird Nacht. Aber egal. Wollte ich nur noch ankündigen. Endes-Cola. Oh, zwei Endermen. Ne, drei. Enderman-Party. Woop, woop. Wie hieß nochmal der? I'm an Enderman. Ne, wie hieß der Song? Ähm, Leke Enderman. Äh. Leke Enderman. Wir können alles ganz normal... Alter, wie schnell schießt denn der hier? Wir können alles ganz normal regeln. Okay. Spassi-Skeläser, wa? Ja. Die können das nicht lassen. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen Kohle gefunden. Vielleicht noch Eisen und Dias. War schon Dias? Habe ich das eigentlich Cobblestone nicht mitgenommen? Äh, wo war denn nochmal Holz? Nein, vielleicht finde ich noch Eisen und Dias. Woals? Alter, hinten war schon wieder ein Enderman. Tschüss. Hi, Andy. Äh. Was ist Bug mit denen? Ich habe keinen Enderman angeguckt. Ja, die spinnen manchmal so. Hör, Spinnnetz. Äh. Oh, ein Skidetspawner. Ne, Spinnenspawner. Ach, da glitscht eine Spinne. Tschüss. Du, ich glaube, ich komme dann zu dir. Nein, Mann. Du musst doch nicht immer überall hingehen, wo ich hingehe. Okay, dann gehe ich von lassen. Nur weil der Gravel draufliegt, konnte ich... Ach, da haben wir auch Eisen gefunden. Sogar eine Schallplatte. Der Tuber und den Sattel. Ach, den brauche ich nicht. Ich gehe mal ganz... Warte, ich mache lieber einen Wegpunkt. Achso, ja, die wird ja jetzt wieder gespeichert. Achso, übrigens, was Shader angeht, wollte ich mal sagen. Gibt einen für 1.6 und 2, habe ich herausgefunden. Aber, weißt du, was klug ist? Ja. Funktioniert nur mit Fortune, ist mit Optifine inkompatibel. Hä, geil. Das ist dumm, weil normalerweise braucht man für den Shader immer Optifine. Stimmt. Also entweder sind die jetzt vollkommen dumm geworden. Ah! Die installieren gar keinen Shader mehr, außer den von Sunny Ether selbst. Bei mir war eine Spinne. Alter, warum ist das Gelette dumm und schießt einen Enderman ab? Da hinten sind Monster. Enderman kommen direkt... Alter, sogar viele Monster. Wirklich? Ja, drei. Eine Spinne und zwei Zombies. Guten Tag, ich bin der Olaf. Oh! Und einen Creeper. Guten Tag, ich bin der Olaf. Hier war ich noch nicht. Leute, der hat eine Karotte getroppt. Der ein Zombie. Was spielen wir eigentlich auf einfach? Oder ja? Ich kann schon gar nicht mehr gucken. Ich bin auf einfach. Ähm. Oder Lava und Eisen und Kohle. Oh! Was war das jetzt? Mann, ich kann jetzt nicht einfach runterjumpen, aber wie soll ich denn sonst da runterkommen? Ach, eine bessere Idee. Huh! Eisen, Eisen, Eisen. In den Dschungel gehe ich nicht. Was sollen wir denn da? Ja, da war doch einmal Design. Oh, Manu, wie viele Skelette gibt es hier auf der Map? Zwei. Kürbisse habe ich gefunden. Und eine Höhle. Aber ich gehe in die Höhle. Und Eisen. Oh! Das geht halt mit mir ab. Keine Ahnung. Oh, der hat auch eine Karotte getroppt. Ich laufe hin, aber egal. Ich sollte lieber fucking auspacken. Tatsächlich? Ja. Okay. Die dürfte es rein. Nein, die stinkt zu doll. Ich bringe jetzt das Eisen mit. Ich habe auch Eisen gefunden. Und Kohle haben wir jetzt wieder sehr viel, glaube ich. Ja, ich habe auch gerade Kohle. Ja, ich bin übrigens Level 42. Okay, ich bin Level 39. Oh, der hat eine Goldrüstung an. Oh, der hat einen goldenen Helm gedroppt. Hallo. Der hat droppen bei mir die Zombies irgendwie alles. Bei mir auch. Bei mir hat er eine... Oh, Gott, das war nur eine Fledermaus. Habe ich mich gerade todes erschrocken, Alter. Jetzt habe ich keine Fackeln mehr. Kein Problem, wenn man so viel zu hat. Mit doofen Fledermäuse. Dumme Fehlermaus. Du am allermeisten. Meine Fresse, ey. Habe ich... Alter. Ich bin doch schon mal Slender früher. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe mich auch eben so erschrocken bei den Zombies. Ich habe keine Ahnung warum. Noch ein Zombie. Geht es wieder weiter, oder was? Äh. Das Mitte erschreckt sich auch immer bei den Monstern. Ich weiß gar nicht, warum. Ist das ein Baby-Zombie. Genau wie fast sind die denn eigentlich? Das ist ein Speedy. Speedy ganz alles. Ja, genau. Das ist noch mehr Corona. Ach, ich komme mit meiner neuen Maus richtig gut zurecht. Ja, du hast eine neue Maus. Ja. Meine alte Maus. Ich habe eine Apple-Maus und wenn manche wissen, wie schlecht es ist. Apple-Maus und Windows-PC. Na gut. Wer, da kommt jetzt ein Creeper. Ein Graper. Wer, da kommt jetzt ein Graper. Gratos oder was? Gratos. Genau. Gratos. War es gerade Gratos? Ich dachte gerade, das wäre irgendeine Schlucht, aber dabei war es nur Erde und man konnte es nicht erkennen. Das klingelt jetzt halt ab. Das war, da war ein Creeper. Alles klar. Sagen wir, wir beenden übrigens auch gleich. Och, so schnell schon? Ich baue eigentlich auch... Der Zombie hat mein Knochen aufgenommen. Jetzt komme ich hier nicht raus. Der Läuft mit dem Knochen in die Hand. Guten Tag, ich bin frei. Ich will dich. Leute, hier sind ja fucking gesetzt. Das heißt, hier Gravel. Ach, ich bin auch kurz im Dschungel. Säglich? Ja. Bye. Ähm. Autsch. Autsch, genau. Ich habe mir gerade wehgetan. Säglich? Ich muss ja gerade mal was nachgucken. Okay. Ich dachte schon. Ich glaube, ist das die Schlucht? Hey, ist das die Schlucht? Säglich? Gehen wir jetzt heute beide auf unterschiedliche Höhlentour oder was? Gehst du jetzt da auf Höhlentour? Nein, ich habe mir nur einen Weg rumgekommen. Ich habe mir jetzt einen Wegpunkt. Da hatte ich früher auch einen Wegpunkt, aber irgendwie waren die da alle weg. Und es ist sehr, sehr tief hier unten. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ja, auch schon wieder Skelette da. Tada. Oh. Alter. Jetzt hat mich die Fledermaus erschrocken. Weil die hat ja so komische rote Augen. Ja. Alter, wie grässlich das in Wasser aussieht, wenn man runter geht. Wie rot, Alter. Au. Wieso das denn? Bei mir sah das Wasser so eklig aus. Ah, guck mal, ein Kieshaufen. Echt nicht? Ist doch dumm. Ja. Ist doch schon wieder ein Skelett. Äh, hä? Heute, ich heiße es nicht. Leute, habt ihr eine Erklärung dafür, warum wir uns so erschrecken heute? Ja. Wenn, dann, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, normalerweise erschrecken wir uns doch in Minecraft doch nicht so. Meine Güte, ey. Dass man sich so erschrecken würde. Weißt du was? Ich habe eine Idee. Ich grab mich jetzt mal kurz ein bisschen hier runter. Ich habe ein Skelett gehört. Oh Gott, die Monster, die spawnen jetzt aber in Minecraft auch immer so oft. Ich glaube es ja nicht, ey. Bei der Kohle habe ich hier nur fast ein Stack. Nehmen wir auch mal an, ihr könnt genauso wenig sehen wie ich hier in den Höhlen. Und daher... Ja, ich muss mich gerade richtig hinsetzen. Und daher setze ich immer so viele Fackeln. Ich weiß nicht, als du da in der Lama verreckt bist. Das war schon Ewigkeiten her. Ich bin da schon seit 30 Folgen nicht mehr gestorben. Du bist ja noch nie gestorben. Glücker Abas. Was die Battles angeht, bist du schon gestorben. Achso, ich wollte mich eigentlich nach unten gerahmen. Achso, wir müssen ja mal wieder auf dem 1-Server aufnehmen. Welchen? Auf dem 1, der super flach wird. Ja, da kommt auch noch ein Video. Die ganze Map habe ich ja richtig vergessen. Also ich nicht. Ich schon. Okay. Mal, jetzt war noch meine Spitzhacke kaputt. Bei mir war gerade ein komisches Höhlengeräusch. Okay, ich bin in Höhe 17. Oh, ich habe sogar Eisen gefunden. Ich bin in Höhe 25 erst, aber... Okay, 16. Ähm. Eisen. Vielleicht nicht. Ich gucke mal lieber nach Diamonds. Du bist dann jetzt nur noch auf Höhe 12. Manche Leute meinen... Ich habe auch übrigens gehört, unter Höhe 12, also bei Höhe 5 oder 6, da soll nur noch höhere Chance für Diamanten sein. Ja, habe ich mal ganz so gefunden. Okay, hast du ja ganz viele gefunden. Hm, hm. Tanja, Alamea. Alter, hier unten gibt es so viel. Ich habe auch gerade schon Smaragde gesehen. Genau, vielleicht greift er mich mit einer noch größeren Armee an. Alter, der Creeper. Den habe ich nicht gesehen, oder? Scheiß. Und dann geht es noch eins runter. Und dann... ...Stripminen. Alter, ohne Spaß. Warum sind hier so viele Monster? Was soll der Scheiß? Ich habe nur noch zwei Herzen. Geekreative Modus. Weil ich runtergefallen bin und dann noch Creeper gekommen ist. Der war so friedlich. Alter, ohne Spaß. Weiß ich gar nicht mehr, was ich wegtun sollte. Den Sattel, den habe ich doch weggeschmissen. Redstone kann auch nicht schaden. Was Erfahrung gibt, schadet ja nie. Alter, auf die Monster habe ich jetzt gerade echt keinen Bock mehr. Du, du bist ja sowieso nicht so ein Fan von den Monstern in Minecraft. Nee. Alter, Verwalter. Ja, also wir sind jetzt offensichtlich in anderen Höhlen. Ich weiß ja nicht, wo du gerade bist. Ich habe gerade gar keine Ahnung. Von der Schlucht habe ich mich runtergekramt. Und da habe ich mich auf Höhe 12 gegründet. Ich bin jetzt sogar Level 43. Ich bin Höhe 13 sehe ich gerade. Jetzt bin ich Höhe 12. Würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Part, Leute. Wenn es hier weitergeht, oder? Ja. Ich höre Lava. Dann mal gucken, ob wir doch noch Diamonds finden. Ob du oder ich findest. Weil wenn wir beide in Höhen sind, gibt es eine höhere Wahrscheinlichkeit. Tschau, Leute. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschau, Leute. Vielen Dank.